Reisebegleiterin So, Reisen! Dankeschön! Ich als Reisebegleiterin bzw. Reisebegleiterin Celine habe hier angekündigt in meinem Hotelvideo von Aisai San Tai dass ich heute Geburtstag habe und angesichts meines Geburtstages bekomme ich sogar eine ganz, ganz süße Torte Geschenk mit zwei Herzen Die ist doch süß, oder? Ja, zwei Herzen Und die wird bestimmt auch super schmecken was ich jetzt probieren werde Das heißt, ich setze mich jetzt erstmal hin und genieße meine Tochter Dankeschön! So, jetzt werde ich mal meine Tochter reservieren und werde sie mal probieren Ja? Mh, das sieht ja aus wie Erdbeer, Himbeer, Sahne Mh, ein ganz, ganz toller Geschmack Wunderbar! Ja, dann werde ich jetzt weiter genießen können Ja, dann werde ich jetzt mit einer Tochter mit einer Tochter mit einer Tochter mit einer Tochter bei einer Tochter mit einer Tochter mit einer Tochter